Finde ich schon cool. So, wo ist jetzt dieser Part? Ich habe gerade das Feuersturm-Abwehrsystem. Ja, danke. Abgeschaltet, eingeschaltet. Muss ich aufpassen, nicht dass wir jetzt einen Sammler verloren haben. Da ist der Punkt. Wenn du den triffst, dann fällt hier wohl alles aus. Was ist denn, wenn ich da hinfeuere, trifft er dann die... Dann ist nur ein Teil abgeschaltet, aber nicht alles. Ich werde echt schauen, ob ich auf die Art und Weise die Artillerie ausschalten kann. Das wäre echt nett. Gebt mir Geld, Mädels. Gebt mir Geld. Ne, drei Sammler aktiv. Das ist also genau das, was ich hatte. So, jetzt warten wir noch ganz kurz. So, wie war das? Hier irgendwo? Hier so. Hallo? So, Strom ist ausgefallen. Jetzt müssten die da eigentlich hinkommen. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das funktioniert, aber du brauchst einen Haufen von den Jungs. Also wirklich einen Haufen. So 15 oder 20 Stück. Das müsste reichen. Alter, der hat vier Artillerie-Einheiten. Das ist ja böse. Wir könnten auch mal schauen, ob wir hier unten mit denen landen können. Pass mal auf. Und feuer ich gerade mal ab, dass ihm da der Strom ausfällt. Er kein Blödsinn mehr bauen kann. Okay, 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 alles klar. Ja, 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 komm. Die haben eine unverschämte Reichheit, wenn sie mal die Einheiten auf dem Kicker haben. Das ist also ein Not-Stützpunkt, den wir ausschalten müssen. Da ist ordentlich was los da drin. Da oben stehen nochmal Artillerie-Einheiten. Boah, das ist echt unverschämt. Können wir die wenigstens treffen? Nee, er auch nicht. Das ist das, was ich meine. Da steht die Kanone und wir können nicht mal bis hierhin feuern. Also das ist wirklich eine lächerliche Reichweite. So, den Sammler hat's jetzt nicht erwischt. Schade. Nein, theoretisch könnten wir die eigentlich dann schon da hochschicken, wenn er mal die Brücke repariert hat, ne? Ja, also jetzt dann. Sehr schön. Oh, und er schickt halt instant auch Truppen los. Sollte ich gerade die Leertaste drücken für... Äh, ja, Pause-Funktion. Ein bisschen Unsinn, nicht? Bei Command & Conquer gibt's keine Pause-Funktion. Ja, lass den Ingenieur da ruhig werken, wenn er meint. So, da wären wir jetzt also. Ich brauche noch mehr von den Gleitschägern. Gleitschäger! Klingt ein bisschen wie Gleitmittel, aber das habe ich nicht gesagt. Wie viel Uhr machen wir so? Uh, es ist halb elf. Verdammt. Äh, okay. Ich sollte die Mission zu Ende bringen langsam. Ich muss eine Aufnahmepause machen. Verdammt. Mal abgesehen von der Tatsache, dass wir jetzt schon über eine Stunde an dieser Mission spielen, was völlig übertrieben ist. Also wirklich, völlig abartig ist übertrieben, ne? Okay, pass mal auf. Ihr hört mich bitte auf zu feuern. Haben wir jetzt hier genügend Gleitschäger, dass wir... Alles klar, in Ordnung, Sir. Jetzt halt mal Team 2. Ähm. Ähm, 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 wo schicke ich die hin? Ich schicke die mal da hoch. Äh, sind wir immer noch da? Ja, okay. Maximale Spielgeschwindigkeit. Lassen wir uns mal kurz so. Hier schickt er zum Glück noch keine Bodentruppen hin. Schauen wir mal, ob wir jetzt diese Artillerie-Star klein kriegen. So, komm, zieht euch mal zurück. Und dann können wir eigentlich mal diese Bazooka-Infanteristen da killen. Der ist auch nicht dämlich, ne? Der versucht immer zurückzulaufen zu seinem... Alles klar, der ist tot. Da ist die nächste Artillerie. Die holen wir uns ebenfalls noch schnell. Müssen wir aufpassen, weil die Gleitschäger nämlich nach Erfüllung ihres, äh, Missionsziels sozusagen wieder landen. Äh, das ist ein bisschen unsinnig. Ich kann aber gerade mal diesen hier machen. Dann haben wir die Kiste doch noch erhalten. Äh, ja, so viel zum Thema. Wir kommen auf dieses Plateau nicht mehr. Jetzt sind wir da doch hingekommen. So, okay. Können wir... Können wir eine ausschalten noch. Das wäre voll nice. Ja, nice. Vielleicht können wir die Türme hier noch zerstören. Alter, er ist so ein Pisser, oder? Ja, ein totaler Pisser. Jetzt werde ich das noch ganz kurz... Ich möchte hier tatsächlich mit denen ein bisschen aufräumen. Ich finde das geil. So, ihr rückt mir mal bitte davor. Er operiert nur mit seinen Ingenieuren. Das ist dezent unsinnig. Einheit bereit. Einheit bereit. Und er macht auch nichts mehr mit seinen Harpies. Ist das... Oder Harpeis? Harpies? Ich habe keine Ahnung. Harpies. Ich glaube, man spricht es im Englischen Harpies aus. So perfekt ist mein Englisch nicht. Das muss ich zugeben. Aber seine Sammler haben bald nichts mehr zu tun. Das finde ich gut. Das finde ich extrem gut. Einheit bereit. Ach Gott, die Night Moves. Oder ist das Night Moves, was da gerade läuft? Warte mal. Nee, Rain in the Night stimmt. So hieß das. Okay, pass auf. Ich speichere hier noch einmal kurz die Mission ab. Und dann sehen wir zu, dass wir diesen Stützpunkt angreifen. Weil schon langsam sollten wir dann mehr als genug Einheiten haben dafür. Theoretisch zumindest. Einheit bereit. Einheit bereit. Alter Schwede. So viel Geld. So viel Geld. Einheit bereit. So gefällt mir das. So viel Geld zu haben. Das finde ich toll. Einheit bereit. Wenn es in manchen anderen Spielen doch nur auch so laufen würde. Einheit bereit. Alter, ja Billions. Köh, was? Wie? Nein, ich habe nichts gesagt. So. Einheit bereit. Okay, ihr flattert mal los. Ihr seid wieder Team 2. Einheit bereit. Und dann greift ihr mir mal den Tower an. Hiiii. Okay, der ist zerstört. Oh, wir triggern hier einfach mal instant eine Falle. Netter Versuch, aber nicht mit mir. Guck mal, da ist noch einer. Den können wir auch noch schnell ausschalten. Dann holen wir uns den Tower. Hauptsache, er hat seinen Höhenvorteil nicht mehr. Wir können natürlich auch mal eine Offensive von ihm triggern, indem wir die Sammler attackieren. Das wäre böse, glaube ich. Das wäre richtig böse. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, dass wir die Artillerie hier unten noch ausschalten. Oh. Oh, er feuert hier schon. Okay. Schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es. Ja, Mann. Ja, Mann, die ist weg. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt wieder zurück auf unsere Geschwindigkeit, würde ich mal sagen. Und beginnen mit der Offensive. So, die packen wir auch noch da oben mit dazu. Das heißt, ihr hört mir mal bitte auf zu feuern. Soll er seine Ingenieure da reinschicken, wenn es ihn glücklich macht. Da ist eh noch einer unterwegs. Ey, pass auf, die können wir eigentlich zu dem Trupp mit dazu schicken, weil die haben ja auch nichts mehr zu tun. Wir haben ja alles unter Kontrolle eigentlich. Na, hier ist nichts mehr. Finde ich nett. So, die warten noch auf ihre Befehle. Was die hier machen, ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, weil ich glaube, allzu viel Sinn macht der Trupp hier unten nicht. Ja, wir müssten irgendwie da mit Ingenieuren hinkommen und das schaffen wir nicht. So, da kommt ein Ingenieur, um die Brücke zu reparieren. Na, wenn der wüsste, was er sich damit antut. Wir schalten jetzt erst einmal diesen Panzer da aus. Er kann sich ja von hier aus nicht wehren, das ist das Schöne. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt da über die Brücke drüber wollen, wird der Panzer die Brücke höchstwahrscheinlich wieder vernichten. Also, machen wir ihn erst einmal platt. Ähm, ja, wir haben ihn natürlich jetzt ganz gut erwischt. Oh nein, bewegt euch. Ja, genau deswegen, bewegt euch und macht ihn platt. Sehr nice, okay. So, runter von der Brücke, kommt, kommt. Kommt, 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 kommt. Scheiße, jetzt beginnt er natürlich auch seine Offensive. Ja, was man bei ihm halt als Offensive bezeichnen kann, ne. Okay, okay, okay. Jetzt könnt ihr den Cyborg zerstören. Äh, sollte ich vielleicht selber mal einen Ingenieur ausbilden und die Brücke reparieren. Kann ich den vielleicht gerade mal... Macht zwar nicht viel Sinn, aber was soll's. Ach, die muss gar nicht repariert werden. Ja, dann beschädigen wir sie lieber. Sicher ist sicher. Ist doch bescheuert gerade so, aber was soll's. So, alles klar, die Brücke sitzt wieder. Ja, er wird attackiert, das war natürlich klar, das war zu erwarten. Ja, ja. Ja, wobei, äh, Wehrwölfe brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir setzen auf Titanen. Wir machen ja alles bei dem Job mit Titanen. So, wollen wir mal eine Offensive von ihm provozieren? Ich glaub, das werden wir sowieso gleich machen. Komm. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt schickt er nämlich da die ganzen Jungs los. Er schickt alles auf uns, was er hat. Oder nicht ganz alles. Aber wir können schon mal einen Großteil von seinen Einheiten dezimieren. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Reichweite seiner Artillerie kommen. Sonst haben wir ein Problem. Wo rennt ein Ingenieur hin? Alter. Er ist schon ein bisschen frech, der Typ, oder? Und ja, die Artillerie feuert. Wir sollten los. Das ist ja nice, okay. Okay, und dann rücken wir mit der zweiten Armee los. Das ist halt jetzt das Blöde an der Mission. Du musst halt wirklich jetzt da durchbrechen und die Artillerie plätten und wirst dabei in Haufen Einheiten verlieren. So, mit Infanterie anzugreifen ist natürlich der Obershit. Das ist wirklich die Idee des Jahrtausends. Alter, guckt ihr an, was hier los ist, aber die Artillerie muss weg. Okay, und jetzt zurück. Aus der Reichweite der Lasertürme. Können wir gerade mal einen EM-Schockwerfer da reinjagen, dass der Laserturm ausfällt? Ja, und schon schießt er nicht mehr. Jetzt können wir ihn holen. So, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Und er verkauft den Turm einfach. Boah, wie mies ist das denn? Und dann greifen wir mit der zweiten Truppe auch noch an. Hey, kann mal einer deines Untergrund-BMT platt machen? Ganz, ganz kurz, bitte. So, okay. Ja, wir haben schon gut was verloren, so ist es nicht, ne? So, da einmal alles weg, bitte danke. Wo ist denn der Sanitäter? Haben wir den schon verloren? Die ist ja hervorragend. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, bewachen? Ach nee, das haben wir ja schon mal getestet, das funktioniert ja nicht. So, wenn wir die Flak-Stellungen ausschalten, dann könnten wir unsere Lüfteinheiten noch mitschicken. So, und dann brauchen wir hier eigentlich nur noch aufräumen. Das ist das Schöne. Ach nee, der Sanitäter lebt tatsächlich noch. Aber was der macht, ich weiß nicht mal, wo er ist. Da ist er. So, ja, nee, komm, wir räumen auf. Also, Orca-Jäger, die machen bei so einer Mission wenig Sinn. Wenn der Gegner so stark mit Flugabwehr daherkommt. So, na, kommt. Marschiert in den Stützpunkt rein, räumt da drinnen auf. Chiltet alles, was sich bewegt. Die Jungs, die können wir da eigentlich mal wegbeordern, oder? Oder komm, wir schicken den jetzt da runter. Ja, Mann, EM-Schockwerfer ist wieder ready. Luft-Einheiten weg, Laser-Tower weg. So, da ist er eh schon. Ich hoffe, der überlebt jetzt den Angriff vom Laser-Tower. Theoretisch aber ja. Ja, er nimmt schon ganz ordentlich Schaden dadurch. Achso, ich kann hier die Einheiten nicht entladen. Das ist ja nett. Okay, Dude da hoch. Und dann würde ich sagen, schick mir die zweite Truppe da rein. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Holen wir uns mal die ganzen Gebäude hier. Ja, die Kraftwerke, die können wir eigentlich mal verkaufen. So frei bin ich jetzt einfach mal. So, mal wieder eine Einheit verloren durch Eigenbeschuss. Das war ja selten dämlich gerade. So, haben wir hier noch irgendwas stehen? Da unten stehen noch ein Haufen Kraftwerke rum. Die sollten vielleicht mal weg. So, und gerade höre ich, die Playlist fängt von vorne an. Ach, die können wir eigentlich schon mal zum Stützpunkt zurückschicken. Ja, die sollen sich einfach alle mal da oben reparieren lassen. So, jetzt pass auf. Hier einmal kurz speichern. Dann sind wir nämlich mit der Mission durch. Und dann werde ich auch gleich eine Aufnahmepause noch machen. Aber zuerst einmal diesen hier. Sehr schön. So, nochmal den coolen Einsatz von unseren Schwebepanzern gesehen. Und Alter, Effizienz 109%. Was? Warum? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber okay. Ich tippe hier mal die Initialien ein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020